Hört mich an, ihr lieben Leute. Hört mich an und ich erzähl euch heut eine wahrlich schaurige Geschichte. Es ist noch gar nicht lange her, vielleicht zehn Winter, vielleicht auch mehr, als vier jungen Burschen etwas Grausliges wieder fuhr auf einer wahren Horrortour. Erst hatten sie noch Spaß. Sie gaben Gas und fuhren mit dem Wagen hoch zum Berg. Seither hat man nichts Gutes mehr von ihnen gehört. Es war der Biss der Felsenspinne, wenn ich mich recht entsinne, der den jungen Männern das Verderben brachte und eine schreckliche Zeit entfachte. Er steuerte in die Schlucht. Der Wagen fiel und mit voller Wucht bohrte er sich in den Felsenboden, knapp unterhalb des Gipfels, recht weit oben. Der Wagen brannte aus. Doch die Burschen fanden ihren Weg heraus und damit begann das ganze Graus. Ich bin Kaiser Karl vom Untersberg. Ich herrsche über Monster, Mensch und Zwerg. Ich steige jetzt empor und nehme mir das Ungeziefer vor. Predator, mein fürchterlicher Jäger. Dämon, Biest, erbarmungsloser Schläger. Befrei Inferno aus den Netzen. Reiß die Spinnen gnadenlos in Fetzen. Mein Herbst, mein Herbst, mein Herbst. Mein Herbst. Mein Herbst. Mein Herbst. Befrei Inferno aus. Befrei Inferno aus. Befrei Inferno aus. Bis zum nächsten Mal.